Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcastes und heute bin ich tatsächlich mal nicht alleine. Mit dabei ist ein Freund von mir, Jano. Hallo. Und wir müssen mal gucken, wie wir es hinbekommen, denn das Ganze ist jetzt auch wie... Ich kann jetzt vor fünf Jahren mal drauf rumreiten, enorm spontan entstanden. Und ja, deswegen mal gucken, wie das von dem Audio her passt. So, dann würde ich eigentlich sagen, als Gast darfst du mit deinem Thema anfangen. Okay, das erste Thema ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber viele fragen immer so Nutella mit oder ohne Butter. Mir ist es eigentlich egal, was ist deine Meinung dazu? Ey, wir haben kein eingeschränktes Thema. Er kommt an mit Nutella mit. Ähm, tatsächlich ohne. Aber mit Schmidt auch ganz geil, also mir ist es eigentlich auch egal. True, true. Ich sehe schon, wir wollen eine Dreiviertelstunde-Folge voll machen. Was machen wir? Wir reden über Nutella. Hast du denn so ein Nutella? Ja, wenn mal welche da ist. Wenn man mal eine Elterin gönnt. Sonst muss man einfach zum World Cup gehen. Wenn da ist, dann wird die natürlich auch gefressen. Komm, ich komme ja jetzt von direkt aus der Schule. Dann tue ich auch mal kurz noch schnell in die Küche rennen, mir ein Nutella-Bot nehmen und dann am PC fressen. Kenn ich. Ah, ja. Heute ist mir schon wieder bewusst geworden, wie behindert das eigentlich, wie behindert eigentlich Corona? Das ist eigentlich mein erstes Thema, Corona. Alle Hörer schalten ab, ach nö, nicht schon wieder Corona. Kein Bock auf Corona, lass Party machen. Ey, ich denke ja jetzt schon drüber nach, wie wir den Podcast nennen können. Wahrscheinlich würde ich so nennen, die wichtigste Frage der Welt und, ach nö, bitte nicht schon wieder Corona. Zwei Idioten machen einen Broadcast. Ja, gut, also auf jeden Fall, ja, man soll ja in der Schule eine Maske tragen, zum Schutz anderer. Das ist ja, ich kann es dir mal ganz kurz erklären, man trägt eine Maske, um andere zu schützen. Ach so, wusste ich nicht. Als ob du es nicht wusstest. Natürlich wusste ich das. Ich dachte schon. Ich meine, gut, bei Jano muss man, kann man mit sowas rechtlich machen, ist ja Jano. Same. Und, sag ich halt solche Sachen nicht. Wenn bei uns läuft, gibt es Minimum eine Person, die ein Attest vom Arzt hat, dass sie keine Maske tragen muss. Und die hält dann auch keinen Abstand. Die hält keinen Abstand und die geht in die Schule. Das wäre doch meiner Meinung nach das naheliegendste. Jo, ey, ich bin krank, ich darf keine Maske tragen, hab einen Attest. Aber dann muss man doch auch sagen, hier, ich bleib daheim, ich mach Homeschooling. Ja, same. Und, ich mein, hast du gerade gefurzt? Nein, WTF. Das hat sich gerade irgendwie so angehört. Nein, Jano. Ich bin gerade am Essen. Ah ja. Nutella-Brot mit? Nee, nee, nee. Aufsache, ich hatte so eine Stunde vorher Zeit zu essen. Ich esse mit einem Broadcast. Ja. Deswegen, zehn Gründe, warum man Jano nicht in einen Podcast einladen sollte. Warte mal, war das nicht, ich glaube, es war mit Sailrox, Grüße angehen an der Stelle raus, an Sailrox, der sich mal im Stream, glaube ich, oder war das Sailrox? Das weiß ich ja auch nicht mehr, der sich im Stream eine, ähm, nicht, nicht Metzmix, sondern eine Red Bulldoze geöffnet hat und gesagt hat, ihr passt auf, dass bei euch kein Werk jetzt entsteht. Man muss das ja schon Kinderfreundlich ausdrücken. Aber ich bedanke mich für die zahlenreichen Plays, die wir bekommen haben. Ich meine, ich kann ganz kurz mal nachschauen. Top Stats sind wir bei, wir haben uns jetzt sogar erweitert, das heißt, ihr könnt diesen Podcast auch auf mehreren Plattformen hören. So, wenn die Webseite mal laden würde. Wir schweifen, hätten wir komplett vom Thema abgehoben. Ich glaube, wir müssen vor allem reden. Ja, vor allem reden. Ich meine, reden tun wir ja, aber nicht über das Thema, wo wir gesagt haben. Und das, das, das verstehe ich nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Zu Corona? Also, wir haben halt in meiner Klasse auch so einen, der hat so ein Attest, aber geht trotzdem zur Schule, wo ich mich dann auch immer fragen, so, Bro, wurdest du wenigstens auf Corona getestet, so, WTF? Ne. Oder, es ist auch so, jetzt habe ich noch einen besseren Clickbait-Titel für die Folge gefunden. Es ist, ich hatte mit einer getesteten Person, die eindeutig Corona hatte, Kontakt. Mein Vater hatte das ebenfalls. Wir hatten beide eine Maske auf und haben die Heizabstand eingehalten. Hauptsache, mein Vater ist jetzt in Quarantäne für zwei Wochen, aber ich soll noch in die Schule gehen. Es macht so keinen Sinn. WTF? Mein Vater bekommt einen Anruf, ja, wir sind jetzt mal für zwei Wochen in Quarantäne. Und dann war die Frage, ja, mein Sohn hatte auch Kontakt und wie sieht es denn da aus mit, ja, mit daheimbleiben? Ne, 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 ist kein Problem, er hatte ja eine Maske auf und hat anderthalb Meter Abschnitt gehalten. Ja, passt alles, perfekt. War bei meinem Vater eins, zwei, das gleiche. Ne, war auch, ja, ja, ähm, aber mein Vater hatte ja länger Kontakt. Mhm. Klar. Was, was viele nicht wissen, kann ich in der Stelle mal ganz kurz droppen. Und zwar, ich gehe einmal die Woche in den Gottesdienst und ich mache auch für unsere Kirchengemeinde. Da ja Präsenzgottesdienste größtenteils ja nicht möglich sind, tue ich auch die Übertragung machen. Das heißt, ich bin, also ihr könnt es euch öffentlich angucken, das ist wegen der Datenschutzrechnung nicht, aber dass ich bin einmal in der Woche, das heißt, ich auch immer nochmal live auf Twitch. Das heißt, ich bin Samstag und Sonntag, sind teilweise Sonntags dann doppelt, auch mal für meinen YouTube-Kanal, einmal für die Kirche dann online. Und, da tue ich dann halt streamen und er gehört halt, also die Person gehört zu den Personen, die sich eigentlich da mit dieser Anlage auskennt, die dann auch da vor dem Gottesdienst rumschwirren, weil wir bieten auch eine Telefonübertragung an seit Jahren. Das heißt quasi einfach, dass du über das Telefon einfach zuhören kannst. Und das schwirrt genau darum, mit wenigen, also wir haben, haben, es ist immer so ein Spiel zwischen anderthalb Meter Abstand und kein anderthalb Meter Abstand. Und ich, ich würde sogar sagen, ich habe das größte Risiko, als mein Vater, der beim Gottesdienst neben dieser Person sitzt, mit mehr als anderthalb Meter Abstand, aber Hauptsache, ich muss in die Schule gehen. Welches glauben? Neuerpistolisch. Schon sagt niemandem was. Nee, tatsächlich nicht. Sekte, habe ich so oft gehört, ist aber keine Sekte, ist offiziell anerkannt. Und trotzdem gibt es noch Leute, die dann sagen, oh hallo, gehörst du dieser Sekte da. Shame on you. Ich kann so drei Milliarden Podcast-Themen in die Beschreibung rein, in den Titel reinpacken. Was einpacken? Meine Ehre? Ja, doch, welche Ehre? Die habe ich dir schon längst genommen, in Livestreams. Ja, stimmt. Tja. Wir lenken schon wieder komplett vom Thema. Ist so. Ja, dann warst du jetzt wieder mit deinem nächsten Thema dran. Ich habe da keine Ahnung, was er als nächstes Thema nehmen soll. Erstmal schnell Twitter öffnen. Äh, mein nächstes Thema. Ich kann noch ganz kurz die Zahl droppen. Vielen, vielen Dank für 23 Plays. Und zwar, diese Plays bieten sind tatsächlich... Oha, ihr habt sogar 21 Minuten und 5 Sekunden Watcht, also dauerhafte Zuhörungszeit geschafft. Von 22 Minuten 20. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr... Ich muss erstmal ganz kurz gucken, wo ich die besseren Statistiken finde. Ich glaube, die finde ich nur in der App. Ja, geil, die finde ich, oder? Finde ich nur in der App. Ähm... Währenddessen, wenn ihr es sucht, könnt ihr gerne auf meinen neuen Song hören. Danke. Hauptsache Werbung. Ähm, ich glaube, ich kann jetzt nur über das Handy machen. Und zwar... Ne, wobei, das sind sogar Daten... Okay, aber die genauen Daten würde ich euch auch noch gerne präsentieren, was für einen Zuschauerbereich wir zu haben. Denn hier kann ich leider nur über die App erst mal Hotspot anmachen. Du kannst schon mal mit dem Thema anfangen. Was hält... Okay, ich fange schon mal mit dem neuen Thema an. Und zwar, was hältst du eigentlich von Corona und Busfahren? Schlimmste... Du bist Bus gefahren... Also, du fährst Bus nach der Schule? Nicht nur nach der Schule. Ich fahre morgens... Und... Es ist ja nicht mein Busfahren, das stimmt. Das Schlimme ist ja, ich stehe um 6.40 Uhr an der Haltestelle. Mein Bus kommt... Ne, halt 6.50 Uhr. Mein Bus kommt dann um 6.57 Uhr. Das ist sieben Minuten. Dann fahre ich eine Stunde mit dem Bus. Hab... Also, merkt ihr, 6.57 Uhr ziehe ich die Maske auf. Sitze eine Stunde im Bus, stehe am ZOP, also zentralen Omnibusbahnhof, in einer Stadt, die ich jetzt nicht nennen werde. Dort gilt auch Maskenpflicht. Dann stehe ich da 10 Minuten am ZOP, steige in den Schulbus ein, fahre nochmal eine halbe Stunde nach oben. Steige dann direkt aus, bin direkt auf dem Schulgelände. Bin dann, je nachdem, ob ich Mittagsschule habe, auch nochmal 6 bis, glaube ich, 8 Stunden sind es bei Mittagsschule. Müssen wir mal ausrechnen. Ne, aber es müssten mehr als 8 Stunden sein. Es sind ja anderthalb Stunden. Ich glaube, man kommt mit Mittagsschule, kommt man so, glaube ich, auf 10 Stunden. Das heißt, ich sitze dann in der Schule 10 Stunden mit Maske dran. Dann fahre ich nochmal eine Viertelstunde wieder runter in die Stadt. Habe in der Stadt wieder meine Maske auf. Und fahre dann wieder eine Stunde mit dem Bus zurück. Und kann sie dann absetzen. Das heißt, wenn ich keine Mittagsschule habe, dann habe ich von 6.57 Uhr bis 14.30 Uhr durchgehend die Maske auf. Und wenn ich Mittagsschule habe, so wie heute, dann ist es noch schlimmer. Dann habe ich sie bis 17.30 Uhr, äh, 16.30 Uhr habe ich dann die Maske auf. Das ist das, was mich halt auch krass stört. Äh, ja, same, aber bei mir wurde die Mittagsschule schon gestrichen. Und bei mir ist es so, wenn man von der Schule so einen kleinen Berg hochgeht, ist dann direkt die Busse gestellt. Da sind 10 Milliarden Büsse. Oder was auch keinen Sinn macht, was aber inzwischen schon wieder, ja, also inzwischen wird auch kontrolliert da. Aber, weißt du, früher hat es niemanden in der Schule gejuckt. Wie viel Abstand halte ich ein, wie trage ich eine Maske? Toll, dann kommt ein Lehrer an und sagt, siehst du bitte deine Maske an? Okay, mache ich Lehrer weg, wieder Maske ab. Inzwischen läuft bei uns das Ordnungsamt rum. Und wenn die dich sehen, dann darfst du erst mal zahlen. Äh, ja, bei mir ist es immer noch so, dass die Lehrer gar nicht darauf achten. Und wenn die Lehrer uns ohne Maske, ohne Abstand sehen, sagen die so, ja, ihr zieht jetzt Maske an oder ihr geht auf Abstand. Und WTF, alle meine Jungs dann so. Ja, weißt du, wir dürfen sie nur nicht mal draußen ausziehen. Also, selbst wenn wir auf den Schubhof gehen würden und anderthalb Meter Abstand halten würden, nein, wir müssen trotzdem Maske tragen. Okay, das ist kacke. Das ist enormst kacke. Ja, bei uns wird es gar nicht kontrolliert. Bei uns wurden die ersten zwei Tage an der Bushaltestelle kontrolliert, ja, Maske anziehen war, Maske anziehen. Aber jetzt mittlerweile juckt es einfach niemanden mehr. Ich glaube eher, die Menschen nehmen so Corona gar nicht mehr so richtig wahr. Doch, jetzt ist Ordnungsamt. Bei uns hält sich jetzt inzwischen zwar jeder an die Ding dran. Aber in die Stadt, also ich fahre wirklich, also ich lebe in einer kleinen Stadt. Ich lebe in einer kleinen Stadt und fahre in einer größeren Stadt. Das ist keine Großstadt, aber ja, fahre ich dann hin für die Schule. Diese Stadt hat einfach einen Inzidenzwert von über 200.000. Das heißt, an sich müssten wir alle heim. Aber das Land Baden-Württemberg denkt sich, fickt euch Schüler, infiziert euch doch alle mit Corona. Komm, sterbt doch alle an Corona. Hauptsache, wir schließen die Schulen nicht. Naja, same. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass die Schulen nicht geschlossen werden. Bei uns war es ja am Anfang so, dass man noch in der Klasse die Maske abziehen durfte. Aber mittlerweile, dann kam so irgendwann an dem Mittwoch so die Durchsage, liebe Schüler, durch die gestiegenen Corona-Anzeigen, bitte die Maske jetzt sofort aufsetzen. Bei uns war das in Rally. Wir saßen so da und dachten so... Oh mein Gott, bei mir war es auch in Religion. Oha, warte mal, Jan heißt es in echt etwa anders? Tatsächlich, ja. Ich weiß gar nicht, Janu. Jetzt kommt so, ja, ich heiße Louis. Ich so, ah, hi, hi, Louis. Nee, aber ich finde, die Schulen müssen noch mehr kontrolliert werden bei mir. Aber selbst das bringt nichts. Also, die können ja nicht auf dem Kurs kontrollieren. Es juckt bei uns keinen, was ich auch verstehe. Weißt du, wir haben an der Schule maximal sechs Toiletten. Es darf immer einer aufs Klo. Und alle haben zur gleichen Zeit Pause. Dann händeln mal über... Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Schüler unsere Schule hat. Aber ich glaube schon so über 2000 Schüler. Und die sollen alle in der Pause aufs Klo rennen. Es darf immer nur einer aufs Klo. Also, bei uns wurde es so geregelt, dass... Wir haben halt so einen großen Pausenhof. Und da wurde jetzt jede Klasse so einem Pausenhof zugeteilt. Und auch Toiletten wurden zugeteilt. Und wir dürfen nur mitten im Unterricht aufs Klo gehen. Denn in den Pausen dürfen wir gar nicht. Äh... Nein, aber ich... Und bei uns dürfen drei gleichzeitig aufs Klo. Ja, ey. Ich find's auch gewiss. Du rufst die Webseite unserer Schule auf. Ausstellungs-T-Shirt-Design. Dann Abschlüsse. Blablabla. Und dann erstmal 30 Kurache... Kacheln mit Corona. Was tun? Was tun? Risikogruppe. Blablabla. Blablabla. Und das Traurige ist, dass unsere Webseite nur nicht mal selbst gemacht ist. Sondern hier ist es einfach Logos von Website-Designern. Also von professionellen Website-Designern. Junge. Die alte Webseite war einfach nur ein Default-HTML-Template. Und wir sind ein technisches Gymnasium. Und bei uns kriegst du beigebracht, wie du programmierst. Und wir kriegen das nicht hin, selber eine Website zu coden. Das gibt keinen Sinn. Ähm... Hallo, wir leben in Deutschland. Ja, stimmt. Wo sie gehen dann, der steht da raus, der Oliver, der letztes Jahr nach Österreich umgezogen ist. Offiziell den Grund nenne ich jetzt nicht. Ich nenne jetzt einfach den Grund, der in der Klasse angegeben wird. Er hat einfach keinen... Die Eltern hatten einfach keinen Bock mehr auf Deutschland. Könnte ich verstehen. Ja, okay. Er ist seit zwei Monaten im Homeschooling. Österreich, ihr macht das richtig. Ihr habt zwar steigende Infektionszahlen gehabt, aber ihr macht alles richtig. Ihr lasst die Schüler daheim. Das Lächerliche ist ja, in Deutschland ist es ja... Warum werden Schulen nicht geschlossen? Weil Infektionsrisiko unbekannt. Aber genauso unbekannt ist das Infektionsrisiko in Gastronomien, Theatern, Kinos. Aber Hauptsache, die müssen schließen. Und man merkt auch richtig, wie die Leute vereinsamen. Allein, wie viele Podcasts im letzten halben Jahr auf einmal plupp da waren. Das war einfach von einem halben Jahr. So, ach komm, Podcast, nee, die Mühe mache ich mir nicht. Und inzwischen macht sich eigentlich jeder einen Podcast. Und wenn wir gerade beim Thema Podcast sind, mache ich auch mal ganz kurz einen kleinen Einspieler für die Werbung. Und das heißt, wir hören uns gleich wieder. Der heutige Podcast wird gesponsert von Tropicbyte. Tropicbyte ist ein Unternehmen, das für sehr wenig Geld, sehr leistungsstarke Server und Webspace vermietet. Dabei überzeugt Tropicbyte mit schnellem Support und viel Leistung für wenig Geld. Zudem können Server auch nach Wunsch des Kunden konfiguriert werden. Bei den Web-Servern wird sogar Plätze mitgeliefert. Dadurch ist es sehr einfach, Webseiten und E-Mails mit der eigenen Domain zu erstellen und zu bearbeiten. Wichtige Programme wie Java oder Screen sind schon vorinstalliert. Zudem punktet Tropicbyte auch mit seinen selbstprogrammierten Systemen. Nutze den Link in der Podcast-Beschreibung und gib den Creator-Konto DannyCraft während des Bestellvorgangs an und bekomme 5% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. So, und wir sind wieder zurück nach einer kurzen Werbepause. Vergiss nicht, den Creator-Konto DannyCraft für 5% einzugeben. Hallo, wenn ich schon ein Sponsoring habe, dann muss ich das auch richtig machen. Ja, true, true. Wenn mir schon jemand... Weißt du, ich mache ein Sponsoring, habe aber bisher keinen einzigen Kunden geworben. Ab sofort wird es auch bei mir von Videos erscheinen. Da habe ich jetzt auch dran, habe einen Werbespot aufgenommen. Habe ich sogar extra zu ihm gesagt, ey, behandle mich als Neukunden. Antwort auf meine Support-Anfrage, als würden wir uns nicht kennen. Was können wir als nächstes Thema nehmen? Als nächstes Thema kommt Schinken oder kein Schinken. Nein, Spaß. Ne, nächstes Thema. Soll ich Jana aus dem Podcast kicken? Ne, also nächstes Thema. Ich habe eine geile Idee. Und zwar Twitch Affiliate. Was hast du von der Idee? Von was? Twitch Affiliate. Bro, kein Plan, wovon du redest. Also, ob du nicht weißt, was Twitch Affiliate ist. Erzähl es mir. Twitch Aff... Du bist Streamer, du streamst auf Twitch und weißt nicht, was Affiliate ist. Ja, sag doch. Affiliate ist... Es gibt keinen deutschen Begriff. Ja, was ist das? Das heißt, dass du halt in deinen Streams Werbung schalten kannst, dass du Sachen wie Kanalpunkte verfügbar hast und dass du halt in Special-Programm kommst. Achso, das, ja. Ja, ich will ja jetzt dank euch, Twitch Affiliate, vielen, vielen Dank. Gut, die Podcast-Hörer würden, wir kennen dich wahrscheinlich alle nicht. Aber falls mich irgendjemand von meiner Community hören sollte, vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und wenn du mir anguckst, Twitch hat, wenn du im Vergleich zu YouTube voll den guten CPM-Wert, Janu, was fragt sich jetzt, was ist CPM? Ne, ne, das weiß ich. Oha. Ähm, du kriegst 3,50 Euro. Aber jetzt nimm mal mich. Ich hab vielleicht drei Zuschauer im Schnitt und schalte alle 15 Minuten Werbung. Das heißt, erstmal Rechner öffnen. Sofort zum Kopf. Leute, Follower to Daily Craft of Twitch. Also, es werden dann 60 geteilt durch 15. Das heißt, ich schalte in der Stunde viermal Werbung. Ja. Das heißt, viermal Werbung mal drei Personen. Das heißt, ich habe zwölf Werbeaufrufe. Und wenn, jetzt, ich muss aber ja 1000, bei 1000 bekomme ich 3,50 Euro. Das heißt, ich zahle jetzt mal 1000 sich zwölf. Ich müsste 83 Stunden streamen für 3,50 Euro. Also R84. Und. Oh, wow. Ja. Okay, das ist krass, krass. Das ist krass. Und das Problem ist ja, damit belässt es Twitch ja nicht. Du zahlst jedes Jahr 25 Dollar Affiliate-Gebühren und Auszahlung ist erst ab 100 Dollar möglich. Wait, man bezahlt dafür? Du bezahlst dafür Geld. 25 Dollar im Jahr. Wenn du mehr als 25 Dollar hast, kriegst du es abgezogen von deinem Geld. Wenn du weniger als 25 Dollar hast, ist erstens mal deine Affiliate-Partnerschaft, also deine Affiliate-Teilnahme bedroht, weil dann können sie sagen, wir speisen das mit dem Affiliate-Programm raus. Und zudem kriegst du nichts mehr. Da ist nichts mehr. Das heißt, wenn du alles, wenn du ein gesamtes Jahr aktiv gestreamt hast und 24 Dollar und 69... Keine Ahnung, was ist denn das in England? Weiß ich nicht. Da sind 20 Euro. Hab gerade gegoogelt. Ja, ich gehe jetzt einfach mit dem Dollarpreis aus. Das heißt, wenn du jetzt einfach 24 Dollar, 99, keine Ahnung, ob es diese Preise halt gibt, aber verdienst. Und dann ist dieses Jahr um. Dann sagt Twitch, Dankeschön, wir nehmen 25 Euro ein und du kriegst nichts. Damit wäre quasi ein Jahr Streaming komplett umsonst. Und es kommt auf die Zuschauerzahlen drauf an. Ich gehe gerade von meinem aktuellen Schnittwert aus. Wenn der Schnittwert sich wieder geringer wird, weil, was weiß ich was, kann ich ja nicht sagen, warum, warum darf ich noch niedriger werden sollte? Dann bin ich noch auf einem Zuschauer. Dann ist meine Affiliate-Teilnahme definitiv bedroht. Und dann kann es sein, dass ich rausfliege. Und Affiliate bedeutet für mich ja nicht nur Geld verdienen, sondern auch enorm coole Features wie Kanalpunkte und so. Und ich meine, Twitch gibt ein Bit pro Bit, den du gespendet bekommst, kriegst du einen Cent. Wenn ich jetzt einfach mal auf Twitch gehe und mir mal 1000 Bits kaufe, also quasi einen Euro mir kaufe, dann zahle ich für Warte mal ganz kurz. Äh, du hast gerade falsch gerechnet. Ja, 100 Bits. Gut, es gibt nicht, es beginnt bei 300, ne, 100 Bits. Okay, wir nehmen jetzt mal 100 Bits. 100 Bits wäre für mich ein Euro. So. Um das aber zu kaufen, bezahlst du 1,47 Euro. Twitch macht 47 Cent plus. Und dann muss ich mir meine Werbeeinnahmen noch zur Hälfte mit Twitch teilen und meine Abo-Einnahmen ebenfalls. Naja, das ist true. Das heißt, Twitch Affiliate ist, die Anforderung für Twitch Affiliate sind niedrig. Aber diese, wenn du wirklich damit was, Geld verdienen willst, also wirklich, dann ist es darum geht, hier, komm, ich hab ein kleines Einkommen. Das schaffst du nicht. Dann sollte man das erst machen, wenn man so 20 Zuschauer durchschnittlich hat. Ne, du kannst es schon vormachen, weil ich mein, es bringt dir, ich hab auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt da 20 Euro im Monat verdiene. Ich hab gesagt, so komm, so ein Euro, und Twitch denkt sich so, vergiss es, wir geben dir nicht mal einen Euro. Und, ja, ich mein, ich mach's jetzt eigentlich nur noch wegen den coolen Funktionen, weil ich die Funktion Kanalpunkte cool finde, weil sich das in keine Challenges einbauen lässt und, und, und. So, ich muss euch nochmal ganz kurz unterbrechen, denn es gibt nochmal eine Sache, und zwar das November-Gif-Away hat hoffentlich schon, äh, das November-Gif-Away, das Dezember-Gif-Away hat hoffentlich schon begonnen. Ich bin gerade dabei, das einzurichten eigentlich, und ich hoffe, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass es dann schon draußen ist, den Link dazu findet ihr in der folgenden Beschreibung, und dort könnt ihr mitmachen, ihr könnt coole Preise gewinnen und ich will euch eigentlich gar nicht mehr länger stören, deswegen weiter viel Spaß mit dem Podcast. So, nachdem wir noch einer kurzen, nochmaligen Unterbrechung, das wird die letzte gewesen sein für diesen Stream, äh, für diesen Stream, alles klar, für diesen Podcast, ähm, reden wir mal wieder weiter. Ich wünsche euch viel Glück beim Gif-Away und drück euch die Daumen. Fun Fact, in Spanien sagt man nicht, ich drück dir die Daumen, sondern da sagt man, ich verkreuze die Finger. Also ich wünsche dir viel Glück und verkreuze die Finger. Das müsstest du eigentlich mal machen, zu sagen so, ey, yo, ich verspreche dir, dass du das machst, Finger kreuzend, sagen, ich hab dir doch nur viel Glück gewünscht. ne, wenn es hier, wenn es sich dir nicht verschfällt, sagen, ja, nee, halt, halt, ich hab die Finger gekreuzt, also hab ich dir das nicht versprochen. Ah, dann dein Thema. Ähm, ja, mein Thema, äh, vergessen. kurze Werbung unterbrechen, ihr könnt gerne auf meinen YouTube-Kanal J.A.N.O. vorbeischauen meinen neuen Songstream, danke. Nö, das ist klar. Ich kenn deinen neuen Songstream, ich mach mich mal. Ne, hab ich auch erst heute rausgebracht. Ich, ach, okay, okay, ich hab ein Thema, und zwar, was hältst du, was ist so dein Musikstyle? Äh, fahr ich mal ganz kurz Spotify von dieser, äh, Jahresrückblick, was mein Musikstyle ist. Ich hör halt einfach das, was mir vorgeschlagen wird, was ich cool finde, aus Videos. Das ist, ich höre ich hauptsächlich NCS, Podcast und NCS. Oh, okay. My music, my music style is rap. Ähm, by the way, ich hab grad Englisch geredet, und, ja, ich hab heute eine Englischprüfung gehabt, und hab nur zwei. Oh, ja, Vokabeltest heute, ey. Unser Englischlehrer übertreibt es mit Vokabeltest. Wir schreiben jede Stunde einen Vokabeltest. Was, WTF? Ja, der Typ denkt sich auch nur so, ah, ihr kleinen Opfer. Weißt du, und dann bewertet er nicht normal, sondern bei ihm ist die Hälfte der Punktzahl eine 5 minus. Hä, das machen unsere Lehrer auch, die Hälfte der Punktzahl ist bei uns entweder eine 5 oder eine 4. Eine 4, eine 4 ist ja normal. Ne, laut Mathematik muss die Hälfte der Punkte 50% sein, und 50% ist eine 3. Nein, das geht nicht, also eine Hälfte der Punkte ist eine 3 bis 4. Ich kenne natürlich die Notenschüsse, weil meine Mutter Lehrerin ist. Mein Beileid. Oh ja, das ist schlimm. Junge, Junge, mich hat gestern schon irgendjemand, irgendein random Typ während dem Stream angerufen. Dieser Typ ruft mich jetzt nochmal an. Nein, ich sag immer zum Stream. Ah, Junge. Wow, toll, die, unsere, die Stadt hat inzwischen eine Hotspot-Strategie gemacht, nach 6 Wochen Corona. Wow. Also, meiner Meinung nach müssten ja die Schulen geschlossen werden. Ach ja, apropos, die Schulen geschlossen werden, ich hab jetzt so eine, ich weiß nicht, ob deine Schule das auch hat, aber bei meiner Schule konnte man so eine Bevorrufe, eine Befreiung machen. Ja, das ist die Eltern. Dass man schon ab, dass man schon ab den 17. nach Hause darf. Und ich wohne ja bei meiner Oma und Opa. Ach so, ja, ja, und deswegen hab ich das gemacht. Ja, das, das haben meine Eltern sogar auch gehört, das war das einfach alle gemacht haben. Selbst, unser Klassenlehrer meinte so, ja, nee, komm, da machen wir Online-Unterricht. Weil ich mein, was passiert in diesen letzten zwei Tagen? Nichts. Ja. Und manche Lehrer, haben nicht so, weißt du, es gibt bei uns halt schon wieder Lehrer, die dann so sagen, hm, also in der Theorie können, könnte man dann da ja noch eine Arbeit schreiben am letzten Tag. Ich schreibe morgen eine Mathearbeit. Ich schreibe nächste Woche eine, weißt du, es ist so lächerlich. Wir haben ja jetzt kein Sport, meinetwegen Corona. Deswegen machen wir jetzt Sporttheorie. Hauptsache, wir schreiben über Sporttheorie, schreiben wir jetzt eine Arbeit. Hä? Und es ist da nicht einfach irgendwie so was, wie groß ist ein Basketballfeld, was man noch lernen könnte, sondern es sind so Sachen, was wird als erstes ausgeschüttet, wenn du sprintest? Was wird als zweites ausgeschüttet? Was, was als drittes? Wie setzt sich Ausdauer und Leistung zusammen? Hä? WTF? Das ist 13. Klasse. Also bei anderen Leuten ist es 12. Klasse. Ich hab halt ein Jahr mehr. Das ist... Okay, that's creepy. Das ist, das ist komplett scheiße. Weißt du, er könnte ja so, so ein Thema behandeln, wie Doping im Sport. Was sind Nachteile? Was, was, Vorteile gibt's ja eigentlich nicht. Ja, ich seh's schon, ich muss diese Folge wahrscheinlich als explicit ranken, wenn wir über so Themen sprechen. Ähm, ja. Wo ich mal auch noch wirklich so denke, darüber kann man doch reden. Das sind doch... Über welche Themen? Ja, Drogen im Sport, Drogenkonsum, Doping. Aha. Okay. Und da muss man das... Aha, okay. Und dann darüber halt einen kurzen Test machen. Aber doch nicht über Ausdauer, Junge, was juckt es mich, wie sich meine Ausdauer zusammensetzt und was nach 5 Minuten in meinem Blut ausgeschüttet wird und warum ich so schnell schlapp werde. Ich mach nicht mal Sport. Ja, ich muss tatsächlich sagen, Sport fehlt mir auch. Also, ich hab davor immer einmal wöchentlich Tennis gehabt, Tennis-Training. Das war gar nicht mein Ding. Und, ich hab ja auch mehr schon mehr, ich bin, ich hätte eigentlich auch in der Mannschaft spielen können, aber ich hasse es, wenn mir beim Sport jemand zuschaut. Wenn es quasi die Leute sind, mit denen ich trainiere, hab ich da kein Problem damit. Aber wenn es irgendwelche fremde Leute sind, oder sogar meine Eltern, Alter, nee, da verkacke ich es. Das ist verkacke ich. Das hasse ich allein schon nicht vor. Nee, das feiere ich auch nicht so. Sonst sagen die immer so, gib Gas mal schneller und so. Ja, ey, das ist so ein Abfall. Und genau deswegen hab ich gesagt, ich spiel nicht in der Mannschaft, weil mich das ultra. Ich bin so schüchtern. Ich könnte auch, glaube ich, niemals so einen Podcast auf einer Live-Bühne machen oder mit jemandem führen, wenn ich mit irgendeiner fremden Person gegenüber sitzen würde. By the way, eure Themen können ab sofort auch submitted werden. Und zwar, wenn ihr auf enter.fm slash talk plus play Also das plus müsst ihr übrigens, by the way, müsst ihr ausschreiben. Also ich kann mal ganz kurz machen, kann euch das mal ganz kurz diktieren. a-n-c-h-o-r Punkt f-m slash dann t-a-l-k p-l-u-s p-l-a-y Und dann gibt es da, wenn ihr dann drauf geht, so, ich muss das einfach mal aufrufen, damit ich gescheit weiß, damit ich keine Scheiße labere, ähm, talk plus play Da gibt es, wenn ihr ganz runter scrollt, oder wenn sie nicht ganz runter, da gibt es einmal direkt unter der Podcast-Beschreibung gibt es diesen Button Message Das heißt, da könnt ihr mir quasi so Sprachnachrichten senden oder ja, eigentlich nur da. Noll. Und die kann ich dann einfach auch beim nächsten Podcast einfach so quasi einspielen. Und das heißt, so können wir uns um eure Themen machen. Das heißt, ihr könnt ja einfach sagen, yo, hi, ich finde dein Podcast mega cool, auch Verbesserungsvorschläge könnt ihr ja reinschreiben. Und dann sagen, yo, könntest du vielleicht mal das Thema behandeln? Ich glaube, wenn du Lust hast, wir können auch gerne häufiger nochmal aufnehmen, Janu. Ja, ja, klar. Wer Bock hat, Danny auf der Bühne zu sehen, er kann auch Maske anziehen. Einfach sagen. Einfach sagen. Ja, ich habe jetzt zum Glück noch das Glück, dass ich kein Facebook gehabt habe. Es kennen mich vier Leute, die ich, wo ich, mit denen ich nicht befreundet bin. Und es sind Leute aus meiner Schule, die mitbekommen haben, dass ich darüber geredet habe. und halt immer so gesagt haben, ey, Danny, wir haben auch schon quasi zu Selfies gemacht. Weiß nicht, wofür die sie brauchen. Aber, das sind die einzigen Leute, die mein wahres Gesicht kennen. Ansonsten kennt keiner mein wahres Gesicht. Gut, außer Freunde natürlich, du nicht. Halt, wirklich. Doch. Nein, du kannst mein Gesicht nicht. Nach Face kann man jetzt sofort Discord haben. Ne. Warum nicht? Weil nicht. Das geht dich nicht an. Ich glaube, das geht jetzt überhaupt von an. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, wenn ich mal irgendwann 1000 Abos habe, eine gewisse Wiedergabezeit, ich würde mich jetzt sofort zeigen, das liegt ja an meinen Eltern, dass die sagen, nee, wir wollen nicht, dass du dich zeigst. Wenn ich denen vorweisen könnte, hey, ihr schaut mal, 1000 Abos, und können wir da mal über ein Facebook reden, dann mache ich ein Facebook. Aber solange ich das nicht mache, weil jetzt kommen wieder irgendwelche Leute, ja, komm Junge, dann mach doch einfach scheiß auf deine Eltern. Meine Eltern kontrollieren mich komplett. Die gucken jedes meine Videos, zum Glück wissen Sie nicht, dass sie den Podcast machen, das würde ich dir sehr oft durchhören, kontrollieren jedes meiner Videos, ob ich mich da in irgendeiner Weise zeige, kontrolliere meine Streams, bla bla bla. Leute, folgt alle meine Daniel Craft auf Insta. Junge, es haben auch so viel Werfungs- Ich habe erst mal, ich habe kein Insta, sondern... Doch hast du. Ja, ich bin aber komplett inaktiv, habe ich sogar einen offiziellen Post gemacht, dass ich Instagram verlassen werde, weil es für mich als Nutzer mit begrenzter Internet-Zeit daheim einfach nicht möglich ist, scheint auf Insta aktiv zu sein. Er macht ja komplette Werbung. Dann folgt mir alle auf Insta. Ich glaube, ich schneide jetzt einfach alles raus. Okay, jetzt auf mit Werbung. So, dann würde ich vielleicht gerne noch ein Thema behandeln. Ich meine, wir sind jetzt bei... Ja. Na, bei 4,30 Minuten, ich würde die Folge so eine 3,4 Stunde machen. Jo. Ich bin zwar viel später, weil ich bei mir gerade noch auf 33,40 bin. Ja, ich bin bei 33,56 jetzt. Ja, okay, du bist ein bisschen weiter. Ja, ich werde es ja sowieso so... Ich habe ja schon vorher die Aufnahme gestattet. Na, ich muss ja alles nachsynchronisieren. Dankeschön. Und, ja gut, was hättest du... hast du noch für ein Thema? Äh, Thema Urlaub. Urlaub. Da kann ich nicht mit dir reden. Hattest du noch nie Urlaub? Doch schon, aber Urlaub heißt für mich, ich fahre nach... Was weiß ich? Ich fahre... nach Spanien und lege mich ans... gehe in ein Hotel und lege mich ans Meer. Ich war bisher zweimal außerhalb... Ne, viermal außerhalb von Deutschland. Das war zweimal in Holland. Zum Fahrradfahren. Nicht an den Strandding. Sondern Fahrradfahren. Das heißt, ich stehe morgens auf, mache eine Fahrradtour, komme abends heim und gucke noch YouTube und das war's. Das ist doch kein Urlaub. Ich habe schon mehrfach in Holland Urlaub gemacht, auch am Strand. Und von meinen Eltern heißt Urlaub... Ach, komm, wir machen Wanderurlaub. Komm, wir machen Fahrradfahrurlaub. Und inzwischen geht es sogar so weit, dass ich so hartkorb rumbocke, dass meine Eltern dann sagen, nö, kein Bock, bleib halt allein daheim. Und weil sie sagen, ey, das bringt nichts, wenn du die ganze Zeit rummeckerst und sagst, ey, kein Bock. Ich war... Und... Ich war... Wir waren sonst immer in Deutschland, dann halt in Holland. Zweimal. Und einmal war ich als Sprachreise, habe ich zur Konfirmation geschenkt bekommen, Sprachreise nach Spanien. War ganz geil. Ähm, weil ich auch Spanisch in der Schule habe. Und jetzt in den Sommerferien sind wir nach Kroatien gegangen. Und es war aber auch nicht an den Strand liegen, sondern wir schauen uns Städte an. Wir waren drei, viermal am Strand. Und ich meine, ansonsten lag ich halt die gesamte Zeit daheim. Halt saß vorm Laptop von meinem Vater, weil ich hab... Ich hab ja leider keinen Laptop. Hab dann da Minecraft drauf gespielt, hab gehofft, dass das Ding nicht crasht. Ach, stimmt. Er erinnert sich. Oh mein Gott. Ich musste währenddessen auf einem PC, wo ich meine kompletten Files und keine Programme hatte, musste ich meinen Streaming vorbereiten, weil ich direkt danach gesagt habe, weil ich bin am Samstag heimgekommen und wollte halt meinen ersten Stream auch direkt am Samstag veranstalten. Wir werden eigentlich Freitag heimkommen, meine Eltern meinten natürlich noch ganz spontan. Ach komm, wir bleiben einen Tag länger. Wir sind dann zum Glück durchgefahren und dadurch hab ich noch mal ganz knapp abends noch mal halt kurz gestreamt. Aber es war nicht effektiv. Ich hab für einen Zuschauer im Endeffekt gestreamt. Und wenn ich für einen Zuschauer streame, dann sag ich auch wirklich, wenn ich merke, über 10-30 Minuten, ich spiele für einen Zuschauer, dann sage ich, ich höre auf. Was juckt es mich, wenn ich für meine Schwester streame? Weil dieser eine Zuschauer ist meine Schwester. Was interessiert mich das? Wenn ich für meine Schwester, der kann ich auch gleich runterrufen. Für mich als streamt aktive Community, die was schreibt, Minimum drei Zuschauer. Habe ich inzwischen auch geschafft, aber harte Arbeit. Ja, bei mir ist stream ich immer sieben Stunden für ungefähr drei, vier oder manchmal auch sechs Zuschauer. Oh, geil. Die Frage ist auch, komm, wir nehmen einfach noch ein Thema dazu, weil ich hätte noch mal Bock, über Internetsperren zu reden. Da kann ich ja null mitreden. Ja, aber ich. Ähm, ja, gut. Dann zu dir Urlaub. Äh, ja, bei mir Urlaub ist, wie gesagt, ich fahre mal nach Holland. Und bei mir ist es nicht so, dass meine Oma sagt, ja, wir bleiben noch einen Tag länger, sondern wir fahren schon ein, zwei Tage vorher. So. Gut, das war es eigentlich. Ja, ja. Okay, Redo über Internetsperre. Deine Meinung ist Internetsperren. Also, ich finde, das muss nicht sein, weil man soll seinem Kind auch noch ein bisschen Freiraum geben. Das Schlimme ist ja, dass dieser Podcast theoretisch so enden kann, dass ich jetzt aus dem Discord-Anruf rausfliege und ich den Podcast alleine beenden muss. Das kann und wird sehr wahrscheinlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch passieren, weil ich habe eine Dreiviertelstunde Internet. Wenn die aufgebraucht ist, das war es dann. Und das ist das Gleiche beim Stream, wenn ich mich nicht recht sehe, ich habe unter der Woche eine Dreiviertelstunde und am Wochenende anderthalb Stunden. Und wenn ich den Stream nicht rechtzeitig beende, dann schaffe ich es, niemanden mehr zu raiden, was gut, wenn ich es nicht jemandem versprochen habe, das ist nicht so schlimm, aber dann schaffe ich es vielleicht auch nicht, mich von den Zuschauern zu verabschieden. Das heißt, dann sage ich so, ey, ja, cool, ähm, wir... noch die eine Runde oder fliege mitten in einem PvP-Match raus und kann mich nicht mehr vom Stream verabschieden, sondern steht einfach dran, ja, die Übertragung wurde beendet. Zudem meint mein Internet, es ist auch so langsam, wir bekommen jetzt zum Glück in einem halben Jahr Glasfaser. Danke, Schöne Telekom, dass es in einem halben Jahr ist. Ähm, ja. Das wird auch geil, weil dann kann ich endlich besser streamen und ich habe auch weniger, ich brauche auch nicht so viel Angst zu haben, dass ich in irgendeiner Weise, ja, in irgendeiner Weise, ja, ich habe, letzter Stream habe ich gesagt, ich plane ja aktuell ein großes Minecraft-Event, wollte das vorbereiten, alles ging, dann wollte ich ein Plugin auf den Server hochladen. Und beim Stream braucht man Upload, mein Upload ist aktuell ja schon maximal überlastet. So, jetzt stell dir mal vor, da kommt noch ein Plugin Upload dazu. Es ging nichts mehr. Wir hatten ein Stream-Delay von über 20 Minuten. Also es ging 20 Minuten nicht mehr, bis es wieder lief. Daraufhin muss ich den Streamer beenden und habe ihn einfach wieder neu gestartet. Damit, dass wir halt erstmal wieder geht. Also, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal, falls du gleich rausfliegst. Und jetzt brauche ich noch 10, 15 Minuten. Aber, auf der Abschiede ist ein guter Stichwort, denn wir werden uns, ich werde mich jetzt wahrscheinlich, wir werden uns jetzt wahrscheinlich vom Podcast verabschieden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Tut, wie gesagt, gerne eure Nachrichten da lassen. Also, das heißt ja auf dieser Webseite einfach plus Message und da könnt ihr dann was einsprechen. Wir werden hoffentlich, also wir, ich auf jeden Fall, weiß nicht, ob du beim nächsten Mal dabei bist, kommt drauf an, weil ich das nächste Mal wieder einen Podcast aufnehme und du eine Zeit hast. Werden auf jeden Fall dann darauf eingehen und auch auf eure Themen reden, weil uns geht es so langsam die Themen aus bei geplanten Daily Podcasts. Und ja, deswegen, lasst da gerne eine Sprachnachricht da und ich wollte, habe schon gerade zweimal F5 gedrückt, weil ich gedacht habe, weil ich schon wieder so, Aufnahme, ich muss jetzt hier in der Lobby rumfliegen und Du lagst. Ja, das ist mein Internet. Und ja, also, tschüssi. Deswegen tschüssi. Tschüssi.